Hallo meine Freunde, was geht? Willkommen zu Rack zu einer neuen Folge. Von Gott ist das laut. Und hab ich lecks. Let's play Portal Stories. Mail. Ja, ich hab herausgefunden, wie man dieses Rätsel löst. Und ich bin halt einfach dumm. Ich bin halt einfach dumm. Nee, Moment. Moment. Das Portal erst dahin machen. Und dann das zweite Portal. Hier hin. Damit der Würfel durchrollen kann. Wir das aufmachen können. Und dort. Ups. Und dort. Hä? Mann, der Sound ist laut, Alter. What the fuck? Okay, so. Und so, die Portal hinsetzen können. Wow! Ja, Leute. Ne? Warum hast du so Frame-Einbrüche? Weil Steam nebenbei noch zwei Spiele updated. Ja, nice. Ich wunder mich schon die ganze Zeit. Okay, alles klar. Kann ich? Nein, ich kann hier noch nicht durch. Okay. Mach ich mal da hin. Mach ich mal da. Da. Okay, Moment. Nochmal. Zack. Zack. Ja, okay. Ich habe hier einen Cube. Der. Wahrscheinlich erst mal dagegen projiziert werden muss. Dann geht das runter. Okay. Ah, Moment. Ähm. Dahin? Jetzt am besten mit dem Cube einfach mal durch. Okay. Genau. Dann können wir raus. Und durch. Alles klar. Ja, äh, ich weiß nicht, warum ich letztes Mal so lange für dieses Rätsel, für die erste Testkammer gebraucht habe. Ich habe halt einfach nicht gecheckt, was ich machen musste. Ich stand halt schon eigentlich so gesehen kurz vor der Lösung, ne? Aber es war halt einfach, äh, dumm. Es war nicht so nice. Okay. Ah, Moment. Okay, alles klar. Ich glaube, ich habe sogar schon das Rätselzlösung. Mann. So. Easy, Leute. Ne, brauche ich die? Moment, ich will einfach nur erstmal den Cube haben. Äh. Ja, ich nehme auch einen Speedy Cube mit, sage ich mal. Das ist, glaube ich, ganz schlau. Was macht das? Ah. Gott, oh Gott. Brauche ich die Brücke noch? Safe brauche ich die Brücke noch. Aber... Ich brauche, wie es aussieht, doch keinen soen Dings Cube. Ja, das war natürlich gerade dumm, Leute. Ich will das Portal mal andersrum machen. Mal weg und nochmal neu hin. Jetzt dürfte das ja eigentlich, wenn ich es anders schieße, auch anders da sein, ne? Theoretisch. So, lass ich den erstmal runterrollen. Ne, ist immer noch gleich da. Wow. Okay. Ja. Äh. Gut. Zack. Cube. Zack. Hoch. Zack. Ah, hier kann ich rüber. Oh. Welches Portal ist orange? Brauche ich? Ich würde sagen, das muss ich dann da hinpacken. Oder? Nein! Ah. Okay, Moment. Wo muss ich denn blaue Farbe hinpacken? Ja, wenn ich jetzt... Ich kann mal safe nicht... Nee, erst darf ich safe nicht. Kann ich da runter? Locker kann ich da runter, oder? Okay, Leute. Aber was muss ich jetzt machen? Ich schätze mal... Ui. Okay, nein. Die blaue Farbe bleibt da leider nicht drauf. Aber ich will da nochmal weiter... Okay, ich will da nochmal lang gucken. Klar, ich brauche... Moment. Moment! Ne, wenn ich jetzt da durchgehe... Macht das ja keinen Sinn. Will ich nochmal kurz hier runter? Achso, ja, nee. Das macht ja auch keinen Sinn. Okay. Das muss mir doch irgendwas bringen, dass ich hier bin, oder? Oder denke ich mir einfach nur so, falls man runterfällt, dass man sich noch retten kann. Das kann natürlich auch sein. Ach, ich kann hier einfach stillig drauf gehen. Oh. Okay. Ist hier noch irgendwas? Ja, es ist wahrscheinlich dann nur, damit man wieder hochkommt, oder? Okay, ich hoffe, das ist nur dafür da. Ja, nur habe ich gerade ein Problem. Ich komme hier nicht mehr hoch. Was? Scheiße! Doch, okay, ich komme noch hoch. Oh! Okay. Zeitverschwendung, Stokey. Alles klar. Ich bin halt der Main, was Zeitverschwenden angeht. Wenn ich jetzt... Komme ich denn überhaupt... Moment, komme ich denn überhaupt... Nein, tue ich nicht. Ich brauche ja wahrscheinlich auch noch Anlauf, oder? Oder? Nice. Haha. Ja, aber ich kann ja gekennen. Speed hier hinpacken. Ja, das ist jetzt das Einzige, was ich an blauer Farbe haben kann. Ich kann da noch welche hinmachen, ja. Aber mehr auch nicht. Ich kann hier an die Seiten auch keine packen. Macht Sinn, ne? Alles klar, ich brauche den Cube. Und hier durchgehen. Ich würde einen neuen Cube holen. Jetzt habe ich auch schon wieder Ewigkeiten für dieses Rätsel gebraucht, aber nur weil ich so viel unten noch probiert habe, ne? Heilige Mama, ey. So. Die blaue Farbe ist halt auch nicht so wichtig, wie ich eigentlich erwartet hätte. Aber gut. Natürlich muss ich da noch hochspringen. Was? Oh Mann. Nein, da habe ich schon blaue Farbe hier. Nein, da habe ich noch nicht. Alles klar. Nein. Ich brauche nochmal einen neuen Cube. Fange. Das ist gerade unlucky. Äh, Dorte, ne? Genau. Wir müssen so. Und jetzt springen. Als habe ich doch springen musste. Okay. Okay. Moment. Okay Okay Moment, wenn ich jetzt so mache So So So, aber jetzt muss der ja Von da drüben angezogen werden, ne? Einmal so Und so Ja Okay Das hätte ich schon mal Das heißt, jetzt kann wahrscheinlich ich da durch, oder? Wenn ich jetzt da durchgezogen werde Äh, nein Weg Äh, jetzt Angezogen, genau, so So Ah, jetzt brauche ich hier oben aber noch einen Cube Kriege ich den von da unten irgendwie wieder? Ha Ne, ich kann auch da hinten rüber Andersrum bitte Okay Okay, Moment Ich möchte mal eben da hinten rüber Okay Okay Was mache ich jetzt hier? Gib mich hier Dann kann ich das Das gibt mir noch einen Cube Alles klar Dieser Cube Macht was? Ah Ach komm Als ob ich da drin sterbe Ich dachte so Ja, okay Gleich Das, das Wischte Bescheid Aber nein Ach, Moment Kann ich da oben hin? Ne, kann ich nicht Okay Achso, Cube Nein Ah, nein Ah, nee Moment Ich muss ja das Umleiten So 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 Das hier weg geht Und was noch? Der hier deaktiviert Das Der Schalter Das alles Aber wie kriege ich den Den Laser denn hier reingelenkt? Erstmal Ja, so geht das Total ja weg Brauche ich vielleicht den Ne, den Cube von unten Kann ich ja nicht holen Wenn ich das jetzt so mache Ne, das kann ich ja schon mal knicken Wenn ich das so mache So Das macht ja auch keinen Sinn Ich versuche gerade irgendeine random Scheiße, Leute Die man ja unschwer erkennen kann Ja, aber was bringt mir das jetzt? Ist das nicht ein Irgendwie kommt mir das vor wie so ein Rätsel für Für zwei Personen so Was die Portale und so angeht Wenn ich das jetzt da hin stelle Dann gehen die Portale ja gleich wieder weg Oh Leute Also Ich weiß es nicht Wir beenden jetzt aber hier erstmal den Bart Ich hoffe es hat euch gefallen Also Hä? Wenn ja Bewertet den Bart Wir sehen uns bei Das nächste Mal wieder Mit der Lösung des Rätsels Hoffentlich Ja Hout Drei 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 Drei